alle towers sind ankommen jawohl in der ersten runde genau obsidian tower obwohl ich gerne flower tower spielen würde aber ich glaube wir brauchen am anfang auch die chest einfach für das gold und daneben noch mal platz gelassen für den tief potenziell gott rechnet sich das irgendwann ich bezweifle ein bisschen also gut bei 20 runden geht geht aber da müssen wir jetzt wirklich jawohl ok das verdienen auf stufe 2 bekommen ja das können wir machen so gibt ja auch nur den oh leute das gibt es doch nicht wieso kommt hier nur müll ach zack der ist auch tot und ja gut den überleben aber abwieso kommt denn hier auch nur bullshit genau so gut haben wir zum glück kein gold für wollen wir auch gar nicht ja so genau also wir bauen jetzt alles voller guardtower weil die geben den schnellsten solidesten bonus was temporary angeht und jawohl genau da leveln wir den am besten jawohl genau so und noch mehr ja genau so wir wollen ja alles voll ne also so ist es nicht wir sind ja ganz geschmeidig ach die töten die töten ja sogar ne der überlebt sogar also was was wollen die eigentlich noch ne zack jawohl ok kein ding so jetzt muss man die guardtower aufleveln oder doch doch so also die taktik ist jetzt wirklich straightforward wir leveln einfach nur die ganzen gardtower auf die gardtower sterben wir bekommen auf dem obsidian tower einfach plus tausend plus tausend und that's it oh den muss ich auch nehmen ja den sollten wir nämlich aufleveln weil dann kriegen wir wieder ein taum mehr zur auswahl noch eine runde der ist tot und der andere wird dann auch tot ja und der bleibt stehen aber wir haben schon mal eine ziemlich gute basis geschaffen muss ich sagen jawohl jawohl jetzt kommen halt kein obsidian tower bauen aber können hier nochmal erfahrung drauf geben zack plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 und der überlebt sogar noch zack der macht auch nochmal schaden gut ja ob sie den überlebt immer noch mit zwei leben als nächstes kommt der boss okay ja shit fuck fuck das wäre wichtig das wäre so wichtig also das wäre semi wichtig gewesen das wäre voll wichtig und voll gut gewesen jawohl an der chest ist er gefallen jawohl alle tower bekommen plus 5 plus 5 permanently am anfang jede runde das bedeutet der bekommt halt free 5 5 was soll ich da noch zu sagen rare tower haben wir gerade nicht wollen wir nicht egal ist uns vollkommen egal wir kommen bekommen plus 5 plus 5 permanently mir egal obsidian dauerhaft jawohl geil obsidian ja so gut ist schon spannend ne also mit so viel thief tower plus 5 auf chest oder lieber rollen lieber rollen eigentlich ne oh flowers auch nett hier ok na gut plus 5 plus 5 und die geben mir auch alle 2 wenn sie sterben und der stimmt auch gut super habt ihr alle wahnsinnig gut gemacht ja wie gesagt wir wollen jetzt einfach nur ok vielleicht den tief noch bitte tja jawohl die chest ach fuck bin ich aufgepasst ja ein butler butler auf dem auch geil auch bock drauf vielleicht nächste runde wer weiß bleibt dran abonniert subscribe like daumen nach unten der daumen nach unten ist übrigens der neue daumen nach oben müsst ihr wissen so hier gibt es grad wieder nur müll ok ich kann anfangen obsidian jawohl endlich ist der debuff weg ist der debuff weg jawohl jetzt können wir wieder jetzt können wir richtig spielen jetzt können wir ganz normal tacheles reden und ja gut die sterben alle aber wir kratzen trotzdem dran ja gut die sind auch noch zum mittel zum zweck aber jetzt kriegen wir wenigstens wieder 5 türme pro runde vorgesetzt zur auswahl ach scheiße nicht aufgepasst plus 5 plus 5 ist doch nett ist doch nett ist ja quasi alle türme bekommen prinzipiell erstmal plus 5 plus 5 bis auf unseren obsidian tower der wird einfach jede runde so egelhaft mehr stark also stärker mehr stark stärker ist ein akronym versteht nicht jeder aber das deswegen bin ich ja da oh ja ach hier guck mal den wollte ich ja noch ein bisschen level plus 5 plus 5 äh 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 was sag ich da plus 20 meine ich jede runde also halt für den chest tower gut die machen nicht viel schaden aber also ordnung so boah okay da sind wir gerade echt 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 an lucky den weiter zu leveln bringt bringt jetzt halt auch nichts mehr ich brauche guardian tower junge äh okay runde 17 übrigens also noch 3 2 runden danach der boss die dritte ist erstmal okay okay aber jetzt nerven die mich das sind halt one shots aber 41 leben muss nicht sein ne also könnte ich mir auch besser vorstellen 5 so hm plus 5 plus 5 geil oh what the fu ui ui überlebt es aber knapp ok knappe 200 nix runde vielleicht wer weiß wer weiß aber das gibt es da nicht wieso kommt mir keine gato also partout not hier ok die runde und dann einer noch das coole ist ja nicht die gard tower boosten sich ja selber und halt den obsidian permanent also ich weiß nicht warum man das nicht spielen sollte ne gut es gibt andere strategien das haben wir gesehen die skalieren besser und da würde ich einfach mal auf das video hier oben verweisen das das habt ihr wahrscheinlich auch gerade erst gesehen deswegen seid ihr jetzt hier gelandet wenn nicht äh schaut es euch auf jeden fall an das also der shit da war einer dabei ich habe trotzdem geklickt ach jetzt habe ich kein gold mehr naja da war auf jeden fall ähm da haben wir auf jeden fall ein bisschen besser skaliert obwohl das hier auch ganz gut ausschaut ne also 22 äh 227 227 227 also ok ok ah ok hm ui pff gut ist ja auch egal also ja jetzt wie wir haben eh keine rare tower also außerdem it's the end of the line also die ende das ende der demo und ja wir haben wir den obsidian tower auf 232 gebracht ist ok ist glaube ich trotzdem stärker der dude jetzt als die obsidian tower beim ersten spiel zweiten ersten ihr wisst das besser als ich ähm ja vielleicht kriegen wir ja noch einen bären den wir noch höher pushen können ne mit dem flower tower mit den bären mit dem bienen und mit dem honig genau so hießen die ja dann danke fürs zuschauen viel spaß beim nächsten video bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald Vielen Dank.